Jo Freunde, die neue Season ist da, das bedeutet, wir haben heute den ersten Shop in der neuen Season 3. Wie findet ihr eigentlich die neue Season? Ich hab gestern Abend noch ein bisschen mit dem Kumpel gezockt, muss sagen, es macht schon richtig Laune, es gibt schön viele neue Abwechslungen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Außerdem verschenke ich ja gerade an all meine Creator-Supporter den Battle Pass, beziehungsweise die V-Bucks, falls ihr den Battle Pass schon habt. Den Gewinner von gestern seht ihr jetzt hier eingeblendet, also falls ihr auch den Battle Pass gewinnen wollt, einfach mal Creator-Code Snoxy im Fortnite-Shop eintragen und mir davon ein Foto auf Instagram senden. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt wieder gemeinsam den heutigen Fortnite-Shop an, ich werde wieder darauf reagieren. Also, let's go, ich klicke mal oben auf den Item-Shop, los geht's. Und zwar haben wir da heute, oh, direkt einen neuen Emote, okay, den schauen wir uns gleich an. Erstmal haben wir hier den Tag-Skin drin, den ich ein bisschen weird finde, vor allen Dingen, weil er zwei verschiedene Haar-Styles hat irgendwie. Dazu gibt's dann noch den Elite-Aufklärer, auch der hat hier verschiedene Styles, einmal gelb, einmal blau. Dann haben wir noch dazu die Schock-Klingen. Als nächstes haben wir noch die anderen Messer, und zwar die gezackten Tag-Messer, auch die wieder in zwei Styles. Das Gesamte-Set also quasi mehrfarbig, beziehungsweise zweifarbig. Und dann auch noch die, finde ich, sehr hässliche Lackierung, gelbes Leuchten. Die Ränder sind quasi so ein bisschen heller, die Konturen, dadurch wirkt es so ein bisschen so, als würde sie wirklich leuchten. Aber in Wahrheit, ja, ist es selber nicht beleuchtet. Und dann noch die weibliche Variante, auch die gibt es wieder in verschiedenen Farben, gelb und blau, mit diesem Backpack dazu. Genau, so, dann kommen wir schon zum nächsten Slot. Da haben wir als erstes den Silberzahn drin, auch schon aus Season 3 einfach, mit diesem Sound. Und ich glaube, das ist die Frau, genau, die Highland-Kriegerin, die es immer dazu gibt, für 1500 V-Backs, die ja diese neue Maske dann mal bekommen hatte. Und diesen Backpack, oh mein Gott, das ist ein richtiger OG-Backpack, beziehungsweise erinnert mich der Backpack immer so an die guten alten Season 3, Season 4 Fortnite-Zeiten. Da habe ich diesen Backpack immer gespielt. Genau, und dann haben wir noch den Ahnenschlag. Ja, sehr mächtige Hacke. Und den Magnus-Skin, der sogar einen ziemlich coolen Backpack hat. So ein Cape aus Wolle. Und dann kommen wir schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr es feiert, dass ich euch hier jeden einzelnen Tag den neuen Fortnite-Shop vorstelle und darauf reagiere. Und abonniert natürlich den Kanal, wenn ihr hier nie wieder auch nur eine neue Sache im Fortnite-Shop verpassen wollt. Dann haben wir hier die Gaunerin, einer meiner absoluten Lieblings-Skins. Den Backpack finde ich gar nicht mal so geil, aber den Skin spiele ich sehr, sehr gern. Dann haben wir noch durch die Decke für 200 V-Backs. Schön preiswert der Emote. Ist zwar relativ simpel, aber die Musik ist trotzdem dafür ziemlich cool gemacht, also kann ich durchaus empfehlen. Dann haben wir jetzt einen neuen Emote, das ist quasi Highlight des heutigen Tages. Und zwar heißt der Emote Kellenkunst für 200 V-Backs. Und man hat anscheinend eine Tischtennis-Kelle in der Hand. Ah, nein. Oh, das ist so ein... Oh, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Aber ich glaube, jeder von euch hat sowas schon mal in der Hand gehabt oder in echt gesehen. Und ja, das Ganze macht man anscheinend endlos lang. Dann haben wir noch so ein Schwitzer-Skin ins Schwarze. Das heißt, der für 800 V-Backs, da gibt's ja auch einen neuen Style inzwischen dazu. Dann noch den Twisty-Mode. Und dann noch den Decke-Tritt. Wo man erstmal umfällt. Ab und zu schafft man das dann, dass man den Decke auch wirklich abtritt. Mal gucken, wie lange bei mir das jetzt dauert. Alter, ich schaff's aber nicht. Bitte. Oh, jetzt schafft er's. Ja, nice. Genau, für 200 V-Backs haut man mal den Decke. Auch eher so ein Funny-Mode. Ich würde sagen, dieser Decke-Tritt und auch der Kellenkunst, das sind so die typischen Funny-Modes. Jo, das ist schon der Shop von heute. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet. Und auch wie ihr die neue Season, wie gesagt, findet. Und falls ihr euch heute noch irgendwas im Shop kauft oder euch zum Beispiel den neuen Battle Pass holt, tragt auf jeden Fall vorher den Creator-Code Snoxie ein und schickt mir schnell mit eurem Handy ein Foto davon. Also ihr geht einfach auf den Skin drauf und steht ja hier mit diesem Kaufunterstütz zu Snoxie. Dafür macht ihr einfach mit eurem Handy ein Foto und schickt mir das Ganze auf Instagram als private Nachricht. Auf Instagram heiße ich Snox. Passt auf, da gibt's einige Faker. Also einfach nur an Snox senden und den Creator-Code Snoxie. Da kommt wieder ein I dran. Dann könnt ihr nämlich heute wieder 1000 V-Backs gewinnen für den neuen Battle Pass, beziehungsweise für andere Dinge, falls ihr einfach ein paar V-Backs braucht. Ich drücke euch die Daumen und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen zum nächsten Shop-Video wieder, wenn ihr diesen Kanal hier zumindest abonniert habt oder jetzt gleich auf Twitch. Ich werde wahrscheinlich auch morgen wieder streamen, also ich schreibe es euch in die Kommentare, wenn ich live bin. Dann sehen wir uns vielleicht gleich auf Twitch, falls ihr da einen Account habt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann jetzt bis gleich auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.